Scheiße, verdammt, wo wollte es hin? Ach du, Minus, Minus, ich brauch mehr Zeit. Okay, ganz ruhig. Als erstes brauch ich... Oh, das ist nur die Erweiterung, ne? Ja, also ich brauch das Kraftwerk irgendwo. Irgendwo muss ich... Komm, irgendwo... Ich hasse... Da! Da passt es noch hin. Ja! Gut, gut, gut. Forschung, was haben wir da? Lancer, Antipanzerrakete, klingt gut. Antipanzer, was haben wir da noch? Schnell, Freunde, Miniraketen. Naja, das ist ein wenig schwach. Hochexplosive Miniraketen. Ach, da bin ich dabei. Seid ihr jetzt endlich mal langsam. Gerade ich muss reparieren. Repariert ihr überhaupt? So. Speichern. Speichern. Ah, komm. Wieder normale Geschwindigkeit. Da. Und ich habe ein Loch in mein T-Shirt. Ja, das hat jetzt jeden interessiert, das ist ein Loch in mein T-Shirt, oder? Ha, ha, ha. Na komm, komm, repariert, repariert, damit ich euch wieder wegschicken kann. So, jetzt fahrt weg. Weg. Fahr dahinter. Hm, blö, da gibt es echt nichts. Oh, die sind sogar schon wegen dem Fahrrad, ne? Ich wüsste ja gerne, welche Auswirkungen das genau hat auf die Stärke und so. Hat es überhaupt Auswirkungen? Naja, bestimmt hat es Auswirkungen, sonst wäre es ja schwachsinnig. Nein. Ihr seid so dämlich. So un... Nein. Ich sag nichts dazu. Konstruktion abgeschlossen. Ah, mein Kraftwerk ist fertig. Yeah, jetzt kriegen wir viel mehr, viel schneller Energie und wir stopfen noch das Energiemodul drauf. Komm, komm, komm. Sieht doch richtig schön aus, mein Basis. Konstruktion abgeschlossen. Mein Basis. Wir sehen, wie die halbe Map bald erstreckt. Oder, naja, gut, was heißt halbe Map? Da muss ich doch einiges mehr bauen. Könnt mal alles vollbauen. Nein. Lieber nicht. Ich mach das am Ende wirklich noch und dann komm ich nirgends wo mehr weiter und... 72, klingt wieder gut. Na, auf die warten wir jetzt aber auch noch. Dann haben wir 75, ich hab mir jetzt zuletzt mal so viel. Aber, was ist das? Insekt. Äh, was wolle ich jetzt sagen? Äh, irgendwas mit 75, oder? Ah, ja, genau, so viele Einheiten hatte ich. Nein. Nein. Ja, Felix, da hinten steht. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. 75 Einheiten und... Ah, kommt schon. Komm, ihr seid so viele, die haben doch gar keine Chance. Das sind zwei? Ach, was ist das für ein Mist? Was ist da hinten? Sensor... Sensor irgendwas. So, wie fahr ich jetzt am dümmsten, dass es nichts wird? Äh, also ich fahr jetzt... Ich fahr jetzt einfach mal... Einspeicherstand, ja. Und dann fahr ich... Dann auf. Boah, wo ist das schon wieder überall stehen, ja. Aber ich habe eine gefährlichste MG's. MG's, ja. Äh, 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 MG-Fahrzeuge. Ach, wie heißen sie wieder. Maschinengewehrwahl, ein paar Räder. Yeah, kreative Namenwahl. Habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, bin ich nicht toll. Was ist das? Ist das ein LKW? Ja, LKW. Komm, wir achten das Ding in die Luft und jetzt... Boah, ja, f***t euch. Grundlagenforschung abgeschlossen. Die haben da aber schöne Verteilungsanlagen. Oh, ja, und ich brauche noch mehr. Oh, ich habe fast keine Energie mehr, so eine Scheiße. Ja, die haben sie auch noch irgendwo da hinten stehen. Oh, es sind solche Wichse. Dammt, ey. Ah, mach mal langsamer hier. Ich muss mal... Forschung, hier, irgendwas... Ich skippe nichts weiter, das ist immer Forschung. Was ist das? Schnellforderung, automatisch nachleitet. Erhöht Feuerrate von Miniraketen. Schön, sind immer noch Scheiße. Nein, wo fahrt ihr denn hin? Ihr dummen Idioten, fahrt da raus. Oh, ihr seid so dämlich. Oh, ich glaub's einfach nicht. Oh, ja. Langsam glaube ich, dass schwer... ...ne die Gegner schwerer macht, sondern meine Einheiten einfach... ...scheiße dämlich, oder... ...huch... ...ja, ihr fahrt einfach weiter ohne meine Befehle. Ihr seid solche dummen Idioten. Hopp, da runter. Sammelt euch. Okay, okay, wo ist... ...wo ist das... Ah, das würde die Hütten da kaputt machen. Die sind gefährlich. Dann da speichern. Gut, gut, gut. Dann wollte ich ja da hinten nochmal schauen, ob's da noch was gab. Sieht mir so verdächtig leer aus. Und ich könnte sie nochmal reparieren lassen, bevor ich weiterfahre. Ja, einige haben das dringend nötig. Aber wirklich dringend nötig. Artillerie positioniere ich mal oben. Da hin. Ja, genau. Oh, ach du scheiße. Okay, was haben wir da? Schnell vor einer Mini-Laketen MK2. Nicht so interessant. Hohe Explosive Antrieb Panzer, Sprengkopf für Raketen. Das klingt langsam lustig. Aufhängung mit Lancer? Was ist das? Lancer Bunker. Da war aber jemand kreativ in der Gebäudewahl, hm? Lancer. Waffenforschung abgeschlossen. Äh, Antipanzerakete. Beste Ziele Fahrzeug. Klingt doch mal gar nicht so uninteressant. Schauen wir mal. 160. Uiuiuiuiui. Das klingt doch mal gut. Wann hat er da vom Baum rum? Ich hab so wenig Energie. Scheiße. Ich brauch mal zwei davon. Und da zwei. Und da zwei. Und eins fährt jetzt mal da runter. Ist da noch irgendwas? Vielleicht nur Öl, Öl. Ich brauch nur Ölbordschuhe. Mal komm. Da ist doch bestimmt noch eine Ölquelle. Hört er? Nein, natürlich nicht. Wie könnte es denn das sein? Da ist gar nichts mehr. Völlig umsonst bin ich den Weg gefahren. So eine geile Scheiße. Ja. Drei. Drei. Fährt dahin. Und. Ich mach das schon wieder. Produktion abgeschlossen. Ja. Geil. So wie ich den Feind mag. Richtig stark. Oh, fahrt mal da her. Eins. Da, da wird ihr den. Zum Befehl. Ich brauch irgendwas schnell, dass du bist. Aaaaaaah. Komm, beweg dich. Und. Warum bist du noch da hinten? Was soll das? Warum hört ihr nicht auf meine Befehle? Wer bin ich? Ein Humblemann? Ich will jetzt keine Antwort auf diese Frage hören. Was ist denn da noch? Kann man da die Basis umgehen und von hinten angreifen? Kann ich da von hinten ran? Wahrscheinlich nicht, ne? Also da ist ein enger Gang hinten. Ah, was? Produktionsgrenze erreicht. Produktion eingestellt. Geil. Es gibt ne Grenze. Okay, ihr braucht mir nicht mehr sagen, ob es ne Grenze gibt. Ich hab's gerade herausgefunden. Und. Wo komm ich denn da hin? Äh. Ein treffender Aufklärungsbericht. Äh. Kommander, wir haben feindliche Transpare entdeckt, die nördlich unserer Stellung landen. Verlegen sie ihre Truppen in die nördliche Zone. Zerstören sie alle feindlichen Truppen und Basen. Grundlagenforschung abgeschoben. Berichte der anderen Teams. Kommander, wir haben feindliche Transpare entdeckt. Okay, wir haben nichts Wichtiges abgebrochen. Okay. Das heißt also, ich muss... Ich fähre jetzt gleich mitten durch die gegnerische Basis. Hab ich's net gesagt? Hab ich's net gesagt? Er fährt durch die scheiß Basis. Ach, geil, ja. Ich bin doch hier noch mit meinen Einheitenreparaturen beschäftigt. Und ich hab's im Einheitenmaxim erreicht. Das ärgert mich jetzt. Komm, mach mal ein wenig schneller. Ich hab's eilig. Ich hab vorher noch was vor. Du stehst ja alleine an der Front rum. Das ist doch nicht gut. Äh. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, repariert den dann nochmal schnell. Den, den streicht er nochmal neu an. Und, oh. Den müsst ihr nochmal ganz reparieren. Aber es sieht doch ganz gut aus. Ja, doch. Damit können wir angreifen. Ob reparieren. Ah, äh. Was, was, wie, wo war'n... Was kommen wir jetzt erforschen? Was kommen wir jetzt erforschen? Oh, explosive Sprengstoff. Jawohl. Oh, ja. Das ist fast ein wenig laut heute, das Gefühl. Egal. Länzer an, die Panzerrakete. Soll, wir in Turm fordern. Schaden von Raketen. Wie viel jetzt? Wie viel jetzt? 208. Oh, ho, ho, ho. Ich hab keine Ahnung, ob die gut sind.